Einen schönen Montag wünsche ich euch. Ihr seht mir an, dass ich Montage sehr liebe. Aber man muss halt leider aufstehen, was hilft's? Ich habe meinen Adventskalender aufgemacht und wenigstens der hat mir den Tag ein wenig versüßt. Wir haben zum einen ein Pokémon Booster Pack und zwar Pokémon XY Furious Fists. Leider weiß ich dazu im Moment zu wenig, um es einfach zu öffnen und zu gucken. Außerdem weiß ich nicht, ob da noch mehr kommt. Wie gesagt, wir haben ja jetzt herausgefunden, dass das sehr wohl der Fall sein kann. Deswegen lege ich das erstmal zur Seite und wir öffnen es ein andermal. Wenn ich dann auch ein paar Infos dazu gesammelt habe, dann kann ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Es war nicht nur ein Booster Pack im Adventskalender, nein, wir haben auch ein Ei gehabt. Erneut ein Star Wars Ei. Aber diesmal nicht mit Schokolade, so wie ich das sehe. Sondern anscheinend mit einem Cookie. Steht zumindest so hier drauf. Es ist ein Collection Egg with Cookie. Das öffnen wir auf jeden Fall jetzt. Wenn ich es aufkriege, natürlich. Und ja, das mit dem Öffnen sagt sich so einfach. Ich habe keine Ahnung, wie ich das aufmache. So anscheinend. Ja, wie geht es euch so am Montagmorgen? Seid ihr da auch? Oder am Montagmittag kommen wir inzwischen schon? Ja, am Montagmittag kommen wir jetzt. Seid ihr auch so am Montag begeisterte Menschen wie ich? Ich brauche drei Kaffees, um überhaupt in den Tag reinzukommen. Aber, naja. Gott sei Dank geht es mir an den anderen Tagen der Woche nicht genauso schlimm. Also, wir haben das da drin gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, doch, könnt ihr erkennen. Gibt es dann so? Es gibt so, was ist das? Einmal das. Wer ist denn das? Das ist... Ah, okay. Das ist Anakin. Also, das blaue ist Anakin. Genau. Dann Yoda. Und das da. Ist dann tatsächlich Darth Vader. Ne, ich weiß nicht, ob es ein... Ja, doch, es ist ein Sticker. Dann kann man sich irgendwo aufkleben. Schön. Finde ich cool. Ist eine coole Idee. Finde ich auf jeden Fall lustig. Noch ein Sticker. Diesmal ganz klar Darth Vader. Und der Cookie, den ich jetzt magemutig probieren werde. Naja, er riecht zumindest schon mal nicht allzu schlecht. Ja. Ja. Ist ein normaler Keks. Nichts Besonderes. Aber dieser... Dieser holographische Sticker gefällt mir auf jeden Fall. Ist eine coole Sache. Das ist von Disney Approved. Das ist also ein lizenziertes Ei tatsächlich. Ja, coole Sache. Freut mich. Und das war es dann auch schon für heute. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch Montage gefallen. Worauf ihr euch freut die Woche. Ob ihr euch auf etwas freut die Woche. Und ansonsten hört ihr von mir morgen wieder. Bis dahin. Bis dahin.